so also was habt ihr verpasst ja ganz einfach was warum das so abgespackt ist vorhin also für mich ist vorhin oder früh für euch ist dann voll in der letzten aufnahme halt wird wahrscheinlich ein zwei tage abstand seinem hochladen die platte war voll ganz einfach ich habe die zeit vergessen dumm gelaufen ja da fehlt natürlich dann auch ein bisschen so glück gehabt da fehlt noch ein bisschen die verabschiedung ja sorry wollen wir eigentlich nicht so machen ansonsten bin ich jetzt durch weiteres herstellen und da oben schon ein bisschen sortieren auf level 20 gekommen bräuchte jetzt langsam mal ein bisschen leder wieder mehr um dann weiter zu machen also mörser und stösel und so narkosemittel genug gammelfleisch hätte ich schon und dann könnte man langsam auch mal betäubung pfeile machen ja einen bogen habe ich mit pfeilen aber alleine bräuchte noch nicht daran zu denken mich mit einem treig oder so anzulegen das können wir mal fett vergessen aber vielleicht wäre es eine idee mal zu schauen also auf jeden fall noch ein bisschen metall damit ich auch diesen research desk da mal bauen kann ja die los oder kompis oder so würde ich ja jetzt nehmen oder hier dodos sowieso mal hoffen dass da nichts größeres kommt aber vielleicht haben wir hier irgendwo paar dodos oder irgend so ein scheiß sprachs und das sind schon welche boah level 80 lege mich doch im arsch so hammer ich brauche nämlich deinen leder jungen okay dieses war der erste streich dann könnte es sein dass man hier vielleicht ein bisschen metall rausholen mit glück wäre ganz nett sieht eher nicht so aus hallo ein stück metall oder zwei wie wär's denn wäre nix wäre anscheinend nix eins okay immerhin ja habe mir auch schon mal die erste forge gemacht die ich durch den mod drauf habe also so eine so eine mediable forge könnte also jetzt auch metall schmelzen holen wir hier vielleicht noch was raus da holen wir gar nichts raus ach doch das ist schon was war nur gerade irgendwie komische kollisions abfrage ein metall jawohl da besorgen wir uns schon mal wenigstens so ein bisschen metall kann man im prinzip fast vergessen aber naja mal für ein zwei sachen reicht vielleicht noch mal jawohl ganz nett zack so wir müssen machen eine reparatur von ach so können wir das nee wir haben kein holz und kein stroh sehr sinnig aber jetzt machen wir den baum gleich ganz weg wir müssen sowieso wieder lager auffüllen gegenstand reparieren ach ja da steht sie ich habe sie noch gar nicht aufgestellt was ich auch schon kann sind sind steinstrukturen die ersten auch das sollte ich vielleicht langsam tun dafür bräuchte ich allerdings mehr stein das könnte man eigentlich mal machen ob bringt uns dann vielleicht sogar gleich noch das nächste level holen wir jetzt leider mit der axt kein metall raus das ist wieder das andere dumme aber gut was soll es nicht so tragisch jojo ja ich bin überladen wen interessiert es mache jetzt den block hier weg und dann brauchen wir die ersten steinstrukturen stein strukturen strukturen stein ja von wegen ach so ich habe kein stroh das weiß es hier nicht oh ich kann aber noch laufen das ist gut ne wir gehen damit ran so jetzt kannst du aber genau nc stone das wäre die nc stone wall hier jawohl aber wir brauchen erst mal mehr foundations also holz und stein wieder das heißt wir dürfen auch gleich noch mal die axt hier reparieren wir haben auch gleich ein level aufstieg sehe ich schön schön das passt doch auf die arbeit laufen wird jetzt auch angenehmer ich habe wieder musik im ohr mp3 player besorgt das ist doch ganz schön fetzt ja wahrscheinlich reicht schon das ressourcen sammeln zum level aufstieg könnte sein gucken wir mal aber jetzt bin ich wieder überladen habe aber ein level up jawohl na komm hol noch das letzte raus ey wie groß ist denn der stein sag mal der scheint etwas zu sein ja mit dem doody würde ich da natürlich ein bisschen mehr rausholen aber was soll es oh irgendjemand schreibt mir gerade gehen wir mal auf gesundheit ja stimulans brauchen wir jetzt nicht was wir vielleicht bräuchten wir bessere hier genau lederhemd lederhose ach mehr ist es noch nicht hat man den helm noch nicht doch hier eben den lederhut ja gut lassen wir es aber erst mal hemd und hose jetzt 15 punkte hätte ich noch eine räucherkammer wäre eine idee um schon mal ein bisschen was zum ach so dafür bräuchte ich aber dann auch gleich zündpulver fällt mir gerade auf das wäre auch ganz sinnvoll wo ist es hier so und die letzten drei punkte die hebt man halt entweder auf oder notiz hat man noch nicht egal am anfang müssen wir ein bisschen sparen danach sowieso nicht mehr herstellbares mach noch eine jetzt fehlt es mir an holz und stroh stein hätte ich noch na sowas okay ja wer schreibt denn jetzt also sehen wir uns eventuell gleich wieder ach jetzt geht wieder das overlay nicht das ist ja herrlich gut das heißt wir sehen uns gleich wieder so wir haben gesagt wir brauchen holz da sind wir wieder ja ach so ich brauche stroh auch da habe ich natürlich jetzt zu wenig von ne ja schön aber laufen kann ich auch nicht mehr gut gemacht ich denke mal ich werde auf die hälfte des feuersteins verzichten das geht jetzt gar nicht normalerweise geht es ah eben geht doch tschüss fallen lassen ach komm jetzt mach hinne dass ich mich wenigstens bewegen kann hehehe von wegen ja verdammt äh was kann ich noch fallen lassen die stimme die brauchen wir jetzt nicht reicht es jetzt damit ich mich bewegen kann immer noch nicht eieieiei ja gut feuersteinen kriegt man jederzeit wieder im moment braucht man keinen kann ich mich jetzt bewegen danke okay so weiter jetzt fehlt es natürlich an stein den rest hätte ich sogar dann holen wir uns jetzt noch einmal stein aber vorher werden wir wahrscheinlich das ding reparieren müssen hier ganz nett da ist ein treig naja gut ein treig ist mein freund ach ich habe gleich wieder einen levelaufstieg also spätestens wenn ich die nächste struktur gebaut habe das ist doch ganz gut dann kriegen wir das hin ja ja ich bin überladen bla 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 red nicht dumm mach jetzt den stein kaputt und dann sind wir auch hoffentlich gleich nicht mehr überladen hoffentlich habe ich gesagt wie viel ist denn da drin sag mal oh nochmal metall sogar rausgeholt mit der axt das ist cool sag mal das ist ein ganz schön massiver stein den schaffe ich nicht mal mit der axt gut oh doch gerade so jetzt ist er aber richtig im sack können wir reparieren das ist nett die müssen wir dann aufstellen dann bitte eine davon so und woran scheitert es jetzt dass ich Wände machen kann an Holz oh einen Aufstieg haben wir das ist nett komm wir erhöhen nochmal ein bisschen die Resistenz wobei ich das im Moment glaube ich eh nicht brauche ja die Ledersachen wären natürlich auch ganz sinnvoll trotz allem würde ich sagen machen wir das Lederstiefel so das heißt wir brauchen noch mehr Leder das heißt wir brauchen mehr Dodos weil Dreik das werde ich vergessen können oh ich bin immer noch überladen das ist ja nett oh herstellbares machen wir so eine Wand geht sogar noch eine okay gut so das Gewicht ist soweit in Ordnung im Moment gut also gehen wir jetzt erstmal schnell den Scheiß aufstellen vielleicht treffen wir schnell noch irgendwas Kleines was wir töten können wäre nicht schlecht ja die Biber da unten die schwimmen da gerne bei mir rum anscheinend aber nützt jetzt noch nichts weil die sind relativ hart im Angriff gut wenn sie Low Level sind vielleicht nicht so aber ist mir jetzt noch ein bisschen zu riskant so irgendwo noch ein Dodo oder ein Kompi irgend so ein Scheiß ich brauche ein bisschen Leder noch dann könnte ich mir vielleicht schon die ersten Leder Sachen machen wäre ganz gut und dann fangen wir auch mal das Forschen an mit diesem Research Desk ja es gibt manchmal Gebiete da ist richtig da hüpft ein Galli rum naja der rennt einfach nur so weil er einfach rumrennt weil er ein Idiot ist Research Desk was hatte ich gerade noch gesagt ja aber trotzdem wäre es eben erstmal gut wenigstens überhaupt Leder zu haben und dann können wir immer noch anfangen das Zeug zu forschen was ist denn jetzt hier gibt es hier keine Kombi, Stilos irgendwas ach ja genau manchmal gibt es eben Ansammlungen und dann gibt es aber lange Zeit erstmal nichts mehr das liegt halt an der Größe der Karte einfach das ist ein bisschen blöd ein Pech gehabt wahrscheinlich treffe ich jetzt gleich auf Raptoren und verliere dann alles was ich hier im Inventor habe ach herrlich man gibt es hier nicht irgendwo ein Dodo von mir aus auch ein Kombi oder ein Dilo aber noch nicht unbedingt ein Raptor bitte naja sieht irgendwie scheiße aus ja Metall haben wir auch schon ein bisschen könnten also dann sogar wenn wir das entsprechende Level haben schon langsam anfangen auf Metallwerkzeug umzusteigen was haben wir da hinten das ist ein Dilo oder na das passt doch den schnappen wir uns oh 88 hoffentlich schaffen wir den überhaupt ja okay haben wir Gib mir dein Leder. Okay, und jetzt zurück nach oben. Ein bisschen regenerieren wir auch nicht schlecht, aber naja gut. Ein paar Fasern werden vielleicht gut. Vielleicht kriege man doch glatt noch eine erste Lederrüstung hin. Ein bisschen Leder würde ich gerne übrig behalten, aber gut, ich habe jetzt im Moment 50. Ja, was soll es denn? Ne, das brauchen wir alles nicht, wir brauchen Rüstung, Leder. Ja, das kostet 20 Leder, machen wir aber trotzdem. So, wenigstens mal das. So, dann was kostet der Design Desk? Genau, das wollte ich wissen. Research, wie viel Leder kostet der? Ach, den könnte ich sogar schon herstellen, na dann machen wir den gleich. So, das heißt wir haben jetzt kein Leder mehr, das ist schade. Sonst hätte ich mir jetzt noch das nächste bauen können, na gut. Das heißt, es wäre schon wieder gut eigentlich noch irgendein kleines Mistvieh zu treffen. Habe ich mich soweit regeneriert? Ja. Es wäre vielleicht auch eine sinnvolle Idee, bei Waffen mal zu schauen, ob ich nochmal zwei Sperre machen könnte. Ja, die sind mir ja schön kaputt gegangen. Kann ich, gut. Weiter. So, Kompi, Dilo, irgend sowas. Hauptsache irgendein kleiner Lederlieferant. Klar, die großen Viecher wären natürlich geil, weil sie richtig Leder gleich geben, aber das kann ich vom Ding her ein bisschen vergessen. Jo. Ja, da geht es doch jetzt mittlerweile ganz gut vorwärts. Wir haben jetzt auch schon die erste, genau, wir haben die erste Leder, das heißt etwas bessere. Was ist denn das da? Okay, passt. Huh, ich habe schon Angst gehabt, aber das ist nur ein... Ja, den werde ich nicht irgendwo hingedrückt kriegen, sonst könnte ich den vielleicht schlachten. Der rennt vor irgendwas davon, wovor? Oder rennst du einfach nur so rum? Du rennst einfach nur so rum, okay. Kriege ich dich jetzt an den Stein gedrückt? Weil du wärst natürlich ein Lederlieferant, vom Feinsten. Jetzt müssen wir bloß aufhören, dass wir nicht den Pieper erwischen, sonst kriege ich ein Problem. Jawoll. So. Na, jetzt haben wir genug, um alles mögliche zu bauen und sogar nochmal eine Rüstung aufzurüsten. Das ist doch was. So, dann war das ganz erfolgreich. Das gefällt mir doch schon. Dann stehen wir hier jetzt auch einigermaßen safe, haben die erste Schmelze, könnten dann, wenn wir Level 30 oder was wären, gibt es glaube ich Metallwerkzeug. Dann kann ich auf Metall langsam umsteigen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, da hinten muss ich rein. Und dann schauen wir mal weiter. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Oh, ich muss was essen, Alter. Ja gut, krieg mal hin, ich hab ein paar Beeren und Fleisch könnte ich mir jetzt aufbraten, hab ich auch genug. Ich hab sogar oben, ist mir gar nicht alles vergammelt von heute früh, da ist immer noch was da. Jetzt hab ich nochmal riesig viel dazugekriegt. Passt schon. Ein paar Beeren können wir ja schon mal mampfen, so geht es uns nicht mehr ganz so schlecht. Und dann passt es. Jo, dann sag ich danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Endlich läuft's, Valhalla. Wieder alles so, wie ich das will. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich dann vielleicht auch langsam mal anfange zu zähmen. Weil jetzt kann ich auch Narkotik schon alles herstellen. Bis dahin. Wenn man nicht mehr anpassen will. 永 caught. Dann. Dann kann ich noch mal sagen. Dann ist das nächste Part. Dann können wir mich noch mal anfangen. Dann captain. Dann kann man es zu sch Awakcem. Dann kann man es dich haben. Dann kann ich часов mitunehmen. Dann Renton ja nur Wasser.